Der Groove ist ein Herzschlag. Wer alles in einem antreibt, hart, gleichmäßig, das ist der Groove. Ich verstehe, und wie definieren Sie ihn genau? Hören Sie nicht zu, Lady? Ich will euch mal was über James Brown erzählen. Ich wusste schon seit meiner Geburt. Jeder wird irgendwann meinen Namen kennen. Wisst ihr, ich kann nie aufgeben. Wenn du aufgibst, gehst du rückwärts. James, die wollen die Rolling Stones als Abschlussnummer. Nein, ich gehe vorwärts. Ich nehme es und drehe es. Die Rolling Stones konntet ihr bei uns nicht mal einen Hit landen. Mr. Jagger, Mr. Richards. Willkommen in Amerika. Wenn man Neuland erobern will, muss man hart arbeiten. Ich habe jeden Tag Neuland erobert. Jetzt sperr mal die Ohren auf. Der Mann ist ein Genie. Jeder, der mit ihm zusammenspielt, geht ein Stück aufrechter. Was ist los, Monsieur? So geht Musik nicht. Klingt es gut? Fühlt es sich gut an? Wenn es gut klingt und sich gut anfühlt, ist es Musik. Also spielt es so, wie ich es möchte. Mr. President, ich möchte nach Vietnam. Wir müssen den Super Heavy Funk für den Jungs da drüben bringen. Schießt die auf uns! Die Transportprobleme tun mir leid. Transportprobleme? Wie wollten James Brown heute kalt machen? Wollen Sie der Typ sein, der den Funk auf einen Gewissen hat? Martin Luther King ist tot. Mr. Brown, Dr. King wurde getötet. Der Bürgermeister von Boston sagt den Auftritt morgen ab. Herr Bürgermeister, die schwarze Gemeinde hört auf mich. Entweder haben Sie 10.000 wütende Menschen im Boston Garten oder 10.000 wütende Menschen in Ihrem Vorgarten. Stehen wir zusammen oder nicht? Du kannst deinen Aufstand aufhalten, also kannst du auch einen anzetteln. Nach allem, was ich für dieses Land getan habe, sind die hinter James Brown her! Gott, oh Gott. Wenn man nie ganz unten war, wie will man dann hochkommen? Mr. Brown, ich habe nur noch eine Frage. Was ist Ihr Lieblingsgericht? Bobby, erzähl dieser hübschen weißen Lady, was wir essen. Sie wollen also Sänger werden? Oh nein, Sir. Was ich wirklich werden will, ist Mechaniker. Hast du ein Problem?